Hey, was ist denn in England? Die Klasse 5 C repräsentiert England. C, C is very famous in England. Dann bei Fabian, Nick and Joshua. C, C wird sehr gerne in England getrunken. Fabian, Nick und Joshua präsentieren uns jetzt ein C-Boardchen von C. Sport, what is the most famous sport in England? Rugby, golf, and cats or football? Dann bei Basti, Carl, Leonard, Tim and Baby N. Sport, S, N. Sport ist in England sehr beliebt. Aber was ist der beliebteste Sport in England? Golf, Sport, Peele, Ticket und Fußball ist die beliebte Sportartel. Präsentiert von David, Kyle, Basti, Tim und Leonard. Ludwig, English to the North, Ludwig, bei Beatles, Leona Lul, N. Dann bei Philipp, N. Kian. Musik, die Engländer lieben, zum Beispiel die Beatles, Leona Lul. Präsentiert von Kian und Philipp. Food, Fish and Chips, Curry, Mothin, how delicious. Dann bei Leonard. N. Manche Gerichte in England sind sehr lecker, wie zum Beispiel Fish and Chips, Curry und Maffin. Präsentiert von Leonard. Fashion. The Hats play important part in fashion. The Queen always works it. Done by Paula and Salihar. Mode. Mode. Zur Mode in England gehören Hüte. Denn die Queen trägt immer einen Hut, wenn sie ausgeht. Präsentiert von Paula, Salihar und Sophie. Befehl und Point of Winter. England has a great history. From Stonehenge to Vikings and to Nau. Done by John Luca, David Wu and Leo. Beschichtung in Thailand. England hat eine lange Geschichte von Stonehenge über Piraten. Bis jetzt. Präsentiert von Gianni, David Wu und Leo. We have finished our career. Thank you.